Kommen Sie ran, kommen Sie her, ein neuer Kampf beginnt genau jetzt. Sie können jetzt wieder dabei sein, denn jetzt beginnt gerade wieder eine Vorführung. Wie sieht es mit meiner, meiner Zukunft aus? Das darf ich nicht gerade jetzt erläutern. Sie sind offenbar Wahrsagerin. Ich glaube, da sind wir uns einig. Davon kann gar keine Rede sein. Ich werfe Ihnen nichts vor, weil Sie fast allem zugestimmt haben. Glauben Sie im Ernst, dass ich darauf je in meinem Leben nochmal eingehe? Absolut das Gegenteil. Nein. Also Achtung. Donnerwetter. Aber, 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 aber. Aber, 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 ja, aber, 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 ja, aber, nein, aber, ja, aber, nein, aber, ja, aber, nein, aber, ja, 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 aber, ja, aber Bund, Länder, kommunen, sozialversiert, vom Soldaten über den Polizisten, Ost, West, bis zum Justizvollzüchteramt, Nord, Süd, bitte schön, die Aussage ist doch in sich, wie ich finde, Schlüssel. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.